hallo in letzter zeit habe ich mich ja in sachen video ein bisschen rar gemacht aber ich habe einfach nicht mehr so viel zeit heute aber gibt es mal wieder eins und zwar vom all american amidee im holländischen barlow und wie man sieht hier in barlow war es am sonntag bei bestem wetter richtig voll das treffen hier in holland ist immer eine klasse veranstaltung rund um den kirchplatz sind die straßen gesperrt und nur für die us cars freigegeben es war einfach ein schöner sonntag gut gelaunte menschen super wetter tolle autos benzingespräche und die terrasse des cafés die zum verweilen einluft am mittag ging dann die rundfahrt bei der viele mitgemacht haben los hier sind dann auch einige teilnehmer bei der abfahrt zu sehen aber es Neben den Autos gab es natürlich auch noch mehr Livemusik, Drinks and Food und wer Lust hatte, konnte auch das Tanzbein schwingen. Musik 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 So, ich bin durch. Das waren dann einige Bilder vom All American Army Day in Barlow. Ich hoffe, euch hat es so halbwegs gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik